Was soll man sagen, wenn man sieht, wie in Flammen untergeht? Was seit tausend Jahren stand? Was soll man sagen, wenn man hört, was man in einer Nacht zerstört? Und ein Volk ist ohne Land. Wird die Ohnmacht erst zur Wut, liegt das Pulver nah der Glut? Gibt es nur noch einen Traum? Frieden ist die Hoffnung, die uns bleibt. Ist der Wille, der uns treibt, wenn die Welt in Trümmern liegt. Frieden ist der Ruf nach Einigkeit in einer blutgetränkten Zeit, in der nur die Hölle seht. Was einig ist, das ist gerecht. Wenn man das hört, wird einen schlecht. Und man kann nichts dagegen tun. Was sich in dein Leben frisst und dich kaum noch schlafen lässt, sind die Mörder, die nicht drohen. Frieden ist die Menschheitsillusion, seit Millionen Jahren schon, ist der Segen, der uns treibt. Frieden ist das letzte Rettungsboot, in einer großen Elensblut, ist der Ruf, der aufrecht hält. Frieden ist die Botschaft, die noch trägt, wenn der Greif die Traube schlägt. Frieden ist das heil, nach dem man sucht. Frieden stiftet nicht das größte Heer, stiftet nicht zwischen dir und mir. Haben wir die Streit verflucht und haben es nicht einmal versucht. Frieden ist das slewt. Frieden ist das Niye heilt. 48 Praise the Lord und Jakob